Hi! Ist das krass! Wahnsinn! Ich bin jetzt aufgeregt. Alter, frag mal. Erstmal Snapchat-Story. Das ist aber krank. Und der kommt mega auf uns zu. Ist euch schon aufgefallen? Willst du nicht die Sachen einräumen? Und wir gucken nach wegen den komischen Wolken, oder? Ja, ne? Das ist doch was. Ne, das ist der Wind, Lea. Du hörst den Wind. Ach, die Scheiße. Kann ich zoomen? Kann ich eigentlich zoomen? Na, kann so. Ich kann auch zoomen. Ja, ich muss auf Snapchat... Oh, ja. Alter Schwede! Ach du Kacke! Was jetzt? Ja, siehst du das? Ja! Wahnsinn! Ist das krass! Ach, das ist... das macht mir keine Angst. Guck mal, wie das Ding da oben aussieht. Oben in den Rücken. Ja, ich weiß, ich habe schon gesehen. Wow! Denny wird mich hassen! Was ist denn da? Oh mein Gott! Das ist schon mal krank. Ich habe sowas noch nie gesehen, Anna. Ne, wer denn auch? Aber er geht weg von uns, oder nicht? Keine Ahnung, ich hoffe das. Also, irgendwie, ja, der ist schon weiter weg. Irgendwie, sie geht nach Leck, Richtung Leck irgendwie. Der wird auch unten dünner. Ja. Mich fragt das, mich wundert nur, wo diese, wo diese Farbe herkommt, ne? Oh, das ist so krass. Der hat ja immer, der so dunkel grau ist, vor allem da unten. Stimmt, aber er geht weg. Als wenn der, als wenn der einen mega, einen mega Staub aufwirbelt. Ich verschwinde gleich in den Baum. Ich bin gar voll beleidigt. Ist das heftig? Ja. Oh, guck mal oben, das wird immer größer oben. Wird immer dicker, ne?